Hallo, mein Name ist Daniel Weitler. Ich komme von dem Büro Act in Common aus Berlin. Wir sind Designer und Architekten und ich würde ganz gerne dieses ganze Thema Agilität, Neues Arbeiten eher von der analogen Hardware-Seite aus besprechen, sprich Bedürfnisse, Schönheit und Angebote. Wir haben uns in den letzten Jahren, knappe 5-6 Jahren, arbeiten wir eigentlich schwerpunktmäßig zu dem Thema neue Arbeitswelten, agile Arbeitswelten, was für räumliche Grundvoraussetzungen brauche ich dafür, um wirklich agiles Arbeiten zu ermöglichen. Und Schönheit im Sinne von großer Verfechter davon, nicht nur, dass wir als Designer und Architekten schöne Räume mögen, aber vielmehr auch, dass Schönheit im Raum doch seine Berechtigung hat, um eben letztendlich auch so arbeiten zu können, dass es für alle zufriedenstellend und eben auch motivierend ist. Und ganz zum Schluss noch ein paar Angebote im Sinne, wo es dann wiederum konkret wird und ich einfach ein paar Beispiele zeige, wie wir das eben schon realisiert haben. Es würde mich freuen, wenn das nicht so eine Einbahnstraße wird, sondern vielmehr, dass ich einfach jetzt, ich habe eh ein bisschen zu viel dabei, da knackig durchgehe und wir dann nachher einfach zum Ende hin ein wenig reden können, was denn gut ist, wo die Reise hingehen könnte, einfach so eine kleine Feedback-Runde. Bedürfnisse. Also wir haben, wir sind selber keine Arbeitswissenschaftler, aber wir haben uns da in den letzten Jahren schon sehr viel mit beschäftigt, auch mit Universitäten in Kooperation, gerade die Uni Stuttgart, Fraunhofer-Institut, die machen da schon sehr viel in Form von Arbeitsstudien und eben auch Zukunftsprognosen. Und eines der Themen eben auch für unsere Arbeit ist oftmals dieses Bewusstwerden, Third Places, sprich diese Vielfältigkeit von verschiedenen Arbeitsorten und eben auch das Büro als Anker, dass wir eben sagen, dass das Büro einfach in Zukunft, kennt ihr auch bestimmt schon alles, dass wir eben halt verschiedene Orte aufsuchen werden in Zukunft, wo wir eben arbeiten, flexibler, diverser, mobiler vor allen Dingen. Und wir haben einfach mal das jetzt für uns als Annahme auch gesehen, dass wir da vier grundsätzliche Arbeitstypen im Sinne der Mobilität ausgemacht haben, dass wir links oben diesen, sag ich mal, Schreibtisch-Arbeiter haben, das ist eher so dieser klassische Sachbearbeiter, der mit Sicherheit auch noch jetzt und auch in den nächsten Jahren zu 80 Prozent eher in seinem stationären Arbeitsplatz sitzen wird, aber auch dann seinen täglichen Arbeitsalltag zu 20 Prozent in der Form von Teamarbeit bewältigen wird. Sprich, der geht eigentlich primär in dieses Firmenbüro, das Headquarter, der Hauptsitz, vielleicht auch nochmal so einen Tag oder zwei mit seinem Homeoffice oder er hat einfach dieses Eckbüro im Sinne von, es gibt keine zentrale, kein Headquarter, sondern es ist einfach irgendwo ein Büro in einer Etage oder das Dorfbüro im Sinne von einer kleineren Filiale irgendwo im Außenstandort. Das gleiche oder ähnlich auch für den Kundenservice, der ist einfach aufgrund seiner Arbeitsanforderungen ein wenig mobiler, weil er eben seinen Kundenservice direkt vor Ort bei den Kunden ausübt, ist aber auch noch zu 30 Prozent an seinem Schreibtisch und der ist im Gegensatz zu ihm schon ein wenig mobiler, einfach aufgrund dessen, dass er wesentlich häufiger und länger auf der Straße unterwegs ist, aber geht eben auch noch über, hier war auch irgendwo ein Pointer, ne, gut, war noch ins Firmenbüro und ist einfach berufsbedingt sehr viel unterwegs und sucht sich dann da eben auch entsprechende Möglichkeiten, um irgendwo unterwegs sein, dann arbeiten nachgehen zu können. Der Büro wählt einen Teamworker, den sehen wir eher als so einen klassischen freien Selbstständigen, der projektbezogen von seinem Kunden von der Firma beauftragt wird und dann da jedes Mal ein schon bestehendes Arbeitsteam, Projektteam eintaucht und dann eben auch noch seine 25 Prozent Arbeitsplatz braucht im Sinne von einem Tisch, wo er dann eben die besprochenen Sachen für das Projekt ausarbeiten kann. Wird aber dementsprechend lokal gebucht, also gerade Berlin, Klassiker, sehr viele freier unterwegs, die einfach von Agentur zu Kunden pendeln und letztendlich nur innerhalb der Stadt unterwegs sind. Das letzte, so der Arbeitsweltenberater, den sehen wir eher als so diesen klassischen Consultant, der zu seinem Kunden fliegt, um dann da eben auch seiner beratenden Tätigkeit nachzugehen, arbeitet aber auch schon zum großen Teil im Team, sei es jetzt nur mit seinem eigenen Projektteam oder eben auch mit seinen Leuten da vor Ort. Ich will sagen, der ist auch an diversen Orten unterwegs, aber wie man eben auch schon sehen kann, alle haben nach wie vor dieses Firmenbüro, dieses Headquarter in einer verschiedenen Frequenz einfach als Basis. Und was wir sagen, ist, dass das Büro, obwohl es auch schon von vielen Seiten als totgesagt wurde, doch auch noch in Zukunft seine Berechtigung haben wird und es wird einfach anders, mit anderen Gründen, wichtiger denn je, dass wir halt sagen, dass der Ort einfach als Kommunikationsplattform, das Büro als Ort für die persönliche Kommunikation, für den Austausch mit Kollegen, auch als Treiber der Ideengenerierung und eben auch ein Ort für soziale Bindungen aufgebaut und geschlägt werden muss, dass man da eben auch, ups, auch in einer flexiblen Arbeitswelt nach wie vor das Büro als einen wesentlichen Erfolgsfaktor sehen muss, der eben auch nicht nur für die soziale Interaktion wichtig ist, sondern eben auch für den persönlichen Wissensaustausch und eben auch so eine Art Heimathafen bildet für Vielreisende. Und da haben wir eben auch festgestellt, dass einfach sich flexible Arbeitsorte und Arbeitsplatzsimulationen wirken für den Büroarbeiter schon stimulierend und unterschiedliche Arbeitsorte, Arbeitsplatzsituationen vor allen Dingen, häufiger zu neuen Ideen und Lösungen führen. Und da gibt es diesen Begriff, den hat einmal Steve Jobs schon vor Ewigkeiten für seinen ersten Apple Campus geprägt, die Inconvenient Office, dass er ganz bewusst dieses Atrium in das Zentrum von dem Campus setzte, dass sich da halt tendenziell über Umwege Leute einfach begegnen müssen, weil sie irgendwie von Büro A zu Büro B müssen oder sich irgendwo zu einem Meeting einfinden. Lange Rede, kurzer Sinn, der Kreuzungspunkt war das Atrium. Also sprich, dass man da einfach den Leuten schon diesen Mehrweg subtil nahelegt, weil sich dann da eben auch Leute häufiger zufällig treffen, um sich auszutauschen, Ideen zu finden und da eben einfach prinzipiell Face-to-Face-Meetings, Gespräche mit Personen fördern, um da eben halt, wie gesagt, einen kreativen Austausch zu holen und letztendlich eben auch zu einer konkreten Lösungsfindung. Also sprich, dass man da eben auch jetzt für eine konkrete Büroplanung schon darauf achten sollte, dass dieser Faktor der zufälligen Begegnung schon ein wesentlicher Punkt sein kann, um einfach so eine Produktivität seiner Belegschaft zu erhöhen. Das ist jetzt ein Beispiel von einem Kindergarten in Australien, in dem Sinne auch ein Arbeitsplatz. Also tendenziell sieht man in Studienergebnissen, dass auch tendenziell weniger in einem Büro gearbeitet wird, aber dass doch die Büroumgebung hat eben auch schon einen wesentlichen Einfluss auf das Wohlbefinden der jeweiligen Nutzer und dass man da eben auch sieht, das kann man jetzt schön finden oder nicht, aber zumindest mal ist es ein Ort, der ganz konkret auf die Belegschaft eingeht. Jetzt in dem Fall ist es das Headquarter von Google in Amsterdam und was diese Studienergebnisse gerade eben auch von dem Fraunhofer-Institut zeigen, dass Zufriedenheit fördert die Motivation und letztendlich kann man eben auch wiederum indirekt so eine Art Verbundenheit mit seinem Arbeitgeber fördern. Und um diese Bedürfnisse zu erkennen, um dann eben auch das entsprechende Interior bauen zu können, haben wir uns nochmal einen Chart dazu getrackt, wo wir uns nochmal die Tätigkeiten von diesen typischen Büroarbeitern angeschaut haben. Also dass man sagt, okay, wie sieht eigentlich so dieser Standard-Arbeitstag aus von den Leuten, die Büroräume dieser Tage nutzen? Und bei aller Betonung auf die mobile und flexible Arbeitswelt, das kann man jetzt hier schlecht sehen, ist aber doch die konzentrierte Stillarbeit am Arbeitsplatz ein nicht unwesentlicher Faktor. Also doch, schon viele Leute brauchen einfach diesen Rückzugsort, um wirklich konzentriert ihrer Arbeit nachgehen zu können. Also sprich, 50 Prozent der Arbeit, die wir eigentlich an unserem Büroarbeitsplatz machen, ist in irgendeiner Art und Weise mit Ruhe verbunden. Ich muss mich konzentrieren können, um da eben auch so einen Rückzugsort finden zu können. Und da hat zum Beispiel das Fraunhofer-Institut nochmal sieben typische Arbeitstypen identifizieren können, die eben einfach so eine Standard-Büro-Belegschaft ausmachen. Da gibt es zum Beispiel den besagten Silent-Worker, der nimmt zum Beispiel diese Ruhezonen für seine Arbeit am meisten in Anspruch. Dann gibt es eben auch so einen Thinker, der sehr viel unterwegs ist, aber wenn er eben im Büro ist, braucht er eben auch seinen stationären Arbeitsplatz, um seiner Arbeit nachgehen zu können. Der Hypercross ist jemand, der von allen möglichen Bereichen kreuz- und querspringt, innerhalb auch der Firma und nutzt eben halt sehr viele Möglichkeiten, die es im Büro gibt. So ein Hands-on zum Beispiel ist auch, es wäre eher so ein Forscher zum Beispiel, der sehr viel zwischen seinem Labor und seinem eigentlichen Arbeitsplatz wechselt. Also sprich sieben Typen, sieben verschiedene Anforderungen, Bedürfnisse letztendlich, die sich wiederum aufbröseln in verschiedene Tätigkeiten, die sich in einem wiederkehrenden Zyklus pro Tag finden. Worauf ich hinaus will, ist, dass ebenfalls eine Studie von dem Fraunhofer-Institut, dass sich die Bedürfnisse in den letzten Jahren oder eben auch gerade mit Hinblick auf die zukünftige Arbeitsweise doch sehr verändert haben. Also dieser stationäre Bürotisch, der kann eben auch viele von diesen Anforderungen oder Wünschen vielmehr auch gar nicht mehr befriedigen. Also jetzt zum Beispiel dieses Biophilic Design ist ein Punkt, wo es eben auch darum geht, dass Leute vielmehr Natur sich im Büro wünschen, einen schnellen Wechsel zwischen Einzelarbeit und Teamarbeit, eben auch so ein Punkt, gerade mit dem Thema agiles Arbeiten, was kann denn das Büro, wo ich gerade bin, wie ich gerade arbeite, dafür tun, dass das eben auch ermöglicht ist. Digitalisierung, das ist eh klar, dass das eben auch jetzt zunehmend in die Büroräume einziehen wird. Gleiches gilt dann eben auch mit der Teamarbeit, dass man da eben schon eine ganz klare Vernetzung hat zwischen der Technik, um überhaupt eine gute Teamarbeit zu ermöglichen. Also sprich, viele Felder, die da eben auch auf so einem Büroumfeld, einem Bürointerieur einzahlen, um das eben auch in Zukunft möglich zu machen. Hinzu kommt, dass eben auch noch jeder von uns seine eigene Bio-Uhr hat, seinen eigenen Bio-Rhythmus. Also sprich, Kronotyp, Normaltyp, Eulen, Lärchen, wie verhalte ich mich eben im Laufe des Tages, wozu bin ich überhaupt bereit im Sinne von Aufnahmefähigkeit, was kann ich überhaupt erreichen, zu welchem Zeitpunkt. Da haben wir auch jetzt für uns immer wieder mal feststellen können, dass es zum Beispiel keinen Sinn macht, wenn ich irgendwie ein Team-Meeting morgens um 8, 9 Uhr ansetze und dann feststelle, dass ich da umgeben bin von irgendwelchen Alphatieren, die sich da erstmal nur anschreien und da irgendwie Ellenbogen ausführen, um eben mal ihr Revier abzustecken. Also sprich, dass man da eben auch eher darauf eingeht, das macht okay, verstanden, ankommen, in Ruhe seine Sachen anarbeiten, um sie dann vielleicht ab Mittag, wenn man ein bisschen ruhiger ist und eben auch kooperativer ist, dann da eben halt zum Beispiel Termine legt, beziehungsweise zurück zu dem eigentlichen Hardware-Thema, da eben auch entsprechende Möglichkeiten schafft, um diesen Anforderungen, Bedürfnissen eben auch gerecht werden zu können. Also sprich, verschiedene Wohnheiten, Bedürfnisse, Unterschiede, Wünsche, also ein sehr komplexes Feld, das Büro dieser Tage. Trotzdem sehen wir aber einfach in den Büroräumen, die wir dieser Tage eben auch sehen, dass es einfach so eine Einheitsnorm ist und wo auf diese Sachen eben gar nicht eingegangen wird, was der perfekte Übergang ist zu Schönheit. Also wir sind große Fans davon, dass man da eben auch Räume schafft, die darauf einzahlen, schön sind und ein zufriedenes Arbeiten ermöglichen. Dazu ein kleines Beispiel, sehr subjektives Thema, Schönheit ist für jeden irgendwie anders, individuell. Daher ist dieses Thema sehr grafisch reduziert und eher mit Icons, um den Sinn rüberzubringen. Also sprich, wir sind davon überzeugt, dass eine Ursache, eine Wirkung erzeugt ein Resultat, was wiederum eine Wirkung hat. Das ist ein ganz konkretes Beispiel. Man ist in einem Restaurant und das Licht ist mies, die Stimmung ist irgendwie nicht das Passende und schlimmstenfalls ist eben auch noch das Essen mies. Also ich gehe da raus und denke mir, okay, irgendwie hat der Raum nicht auf mich gewirkt und hinterlässt letztendlich ein schlechtes Gefühl. Das Gegenteil, gehe ich in ein Restaurant, wo die Stimmung stimmt, da das Essen passt, aber letztendlich ist es die Atmosphäre, die mich auch vielleicht noch idealerweise an meinen letzten Urlaub oder einfach irgendwas Schönes denken lässt. Also sprich, ich habe da eben auch eine Möglichkeit, mit dem Raum ganz gezielt auf dieses Unterbewusstsein einzugehen um da was zu generieren, was auf die Zufriedenheit, auf die Stimmung einwirkt. Ich will sagen, dass man eben schon bei der Planung darauf achten sollte, dass man sich nochmal dieses Bild Ursache, Resultat Ursache vor Augen halten sollte und gar nicht so sehr in der Zielsetzung darauf eingehen sollte, was denn letztendlich gewünscht ist, beziehungsweise, ups, war das so schnell, sondern dass man sich von vornherein die Frage stellen sollte, was möchte ich eigentlich mit diesem Raum erreichen, was ist das Resultat, das ich erzielen möchte und wie müsste der Raum dazu aussehen, um das zu erreichen. Aber jetzt nochmal ganz konkret, gerade kam vor ein paar Monaten oder Wochen viel mehr die neue Gallup-Studie raus, in der gesagt wurde, dass 15 Prozent der Standardarbeitnehmer ist mit seinen Büroräumen zufrieden, sprich arbeitet überdurchschnittlich motiviert. Und das heißt im Umkehrschluss, dass 85 Prozent aller Mitarbeiter haben in irgendeiner Art und Weise ein Problem mit ihrem Job, mit ihren Räumlichkeiten. Und deswegen versuchen wir eben, das Schöne, das Natürliche aus dem eigenen privaten Umfeld im weitesten Sinne in das Büro zu tragen, um hier eben Schönheit, Zufriedenheit und eben auch letztendlich eine gewisse Motivation durch Räumlichkeiten zu provozieren. Und also sprich, das soll durch die Räume den Leuten möglich sein, quasi ihre Seele mit zur Arbeit zu bringen, die vor Ort eine gewisse Inspiration wiederfährt, die einen Raum zu schaffen, der letztendlich einen Spirit hat, der auch aufgeladen wird durch Inspiration, um dann eben letztendlich eine Motivation zu generieren, also sprich ein spirituelles Enrichment, ein wenig überzogen gesagt, dass man da eben auch wirklich den Raum auflädt, weil es geht letztendlich um eine Potenzialentfaltung. Dass man da wirklich den Leuten was an die Hand legt, was vielleicht auf den ersten Blick ein wenig gönnerhaft daherkommen mag, aber es ist eigentlich in unseren Augen eine wirkliche Win-Win-Situation, weil wenn ich vor Ort motivierte Mitarbeiter habe, habe ich letztendlich mehr von ihrer Seite und eben auch von dem ganzen Bürokomplex, was ich da eben zu bedienen habe. Jetzt ganz konkret, wie haben wir es gemacht? Für die Firma Carmeck haben wir, Carmeck, die macht die Systemarchitektur aller Volkswagen-Konzern-Autos, also sprich nicht die direkte Oberfläche, sondern wie diese Architektur dahinter ausschaut. Programmierung, IT-Leute, so sah es da vorher aus. Wunsch war es der Belegschaft, das waren überwiegend dann in dem Fall Designer und Programmierer, die wollten einen analogen Raum haben, wo sie einfach parallel mit mehreren Teams gleichzeitig arbeiten können, zurückfahren können, hohe Zonen oder eben auch für kürzere Sprints, sich einfach zusammenzusetzen, um konkret neue Ideen zu generieren. Wir haben die Aufgabe so angenommen, dass wir hier Möbelentwürfen haben, die in verschiedensten Konfigurationen zusammengesetzt werden können. Jetzt in dem Fall zum Beispiel so eine Art Pitch-Situation. Es gab an beiden großen Wänden große Whiteboards, gab dann aber auch hier hinten schon die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und diese Sachen konnten dann eben, wie gesagt, gerollt, geschoben und neu zusammengesetzt werden, dass man da halt während die einen lesen, kann man da hinten sich kurz besprechen oder sich eben halt komplett zurückziehen, um dann da noch mal ein bisschen Ruhe zu finden. Thema Rückzug, echter Rückzug. Und dass man hier eben die Sachen da kreuz und quer zusammenstellen konnte, um maximal mit zwei bis drei Teams, drei bis vier Leute, bis hin eben auch zu einer großen Gruppensituation, zusammenarbeiten konnte. Kleines Projekt, aber finde ich ein ganz gutes Beispiel, um eben auch auf kleinstem Raum da eben auch schon was zu schaffen, was dann den Bedürfnissen von der Belegschaft entsprach. Adidas. Da haben wir auch vor, war das auch ein paar Jahre her, in dem Headquarter in Herzogenaurach was umgebaut. Und zwar, das ist der Ort vorher, hieß auch intern quasi Death Valley. Umlaufend ist die Produktentwicklung, das heißt im hochsensiblen Bereich, wo die Herrschaften ihre Turnschuhe, Bälle und sonstige Sachen zusammengeschraubt haben, aber ein Ort mitten im Gebäude, der eigentlich nie benutzt wurde, gerade weil da eben auch hier so eine extra Sicherheitszone noch mal abgesperrt worden ist. Und wir wollten diesen Raum wiederbeleben, dass man halt wirklich so eine Art Marktplatzsituation schafft. Und das Gebäude heißt Laces. Und der ursprüngliche Planungsauftrag war, einen Newsroom zu schaffen. Zu dem Zeitpunkt bekamen deren Social Media Abteilung einen großen Boost. Das heißt, die sind zu jedem größeren Sport-Event durch die Welt gereist und haben dann vor Ort die Kanäle bedient. Keine Ahnung, Olympia, WM, Fußball, pam, pam, pam. Und sind dann jedes Mal mit 40 bis 60 Leuten vor Ort aufgeschlagen mit einer Art Live-Coverage, kam aber dann jedes Mal wieder zurück und brauchten diesen Newsroom. Und das war eben auch der Wunsch damals, dass man deren Tätigkeit, die ja so jetzt nicht wirklich in Form von Output zu sehen ist, in dem Gebäude wieder sichtbar zu machen. Highline war noch der dritte Baustein, dass man da eben auch versucht, Gehwege innerhalb des Gebäudes zu optimieren. und da halt auch wieder so eine verbindende Maßnahme schafft. Und quasi man hat dann eben einen zentralen Newsroom, hat ein Gastro-Angebot, wo eben halt Menschen im Sinne von einem Marktplatz zusammenkommen. Und das war so der erste Aufschlag. Das kann man jetzt schlecht sehen. Dann machen wir das so. Dass man da eben auch so eine Wiederbelebung von dem Platz plant, wo es eben diverse Angebote gibt. Es gibt aber auch diesen ganz konkreten Arbeitsort, Arbeitsplatz, wo man eben auch hier in Form von einem großen Media-Screen, quasi deren nicht wirklich nachvollziehbare Art, im Sinne von sichtbare Art zu arbeiten, spürbar macht. Das Problem war hierbei, dass die Sachen zu gut ankamen und letztendlich wurden dann diese Arbeitsplätze als zu prominent für dieses Social-Media-Team angesehen. Sprich, der Rest könnte irgendwie neidisch werden, wenn da irgendwie nur 40, 50 Mann sitzen. Und das kann ja auch nicht sein, dass man da eben diese Ungleichheit hat von verschiedenen Arbeitsplätzen. Nochmal ganz kurz vielleicht, wo ich gerade eben von verschiedenen Angeboten und eben auch Zeiten sprach. Also sprich, der Haupteingang war eigentlich hier, man kommt hier rein und kann sich eben auch im Laufe des Tages wunderbar verteilen und sich überall seine Möglichkeiten aussuchen. Da ist es jetzt nur von einem Coworking-Bereich, ein bisschen Gastro, offene Teamarbeit, Konferenzsituationen. Also für jeden war irgendwie ein bisschen was dabei. Letztendlich wurde das dann eingedampft, dass man diese Brücke nicht mehr schlagen wollte und eben auch dieses Haupthaus für diese 40, 50 Leute wurde eben auch nicht realisiert. Aber der Rest wurde halt umgesetzt, dass man hier eben auch eine Lösung fand, dass die ja hinter nach wie vor High Security arbeiten können, aber diesen Platz eben wiederbelebt. um dann eben auch verschiedene Möglichkeiten zu schaffen, dass man dann da eben auch entsprechend was findet. Thema Teamarbeit, Einzelarbeit, schneller Austausch, ein bisschen dieses Inconvenience-Thema wieder. Man trifft sich und mittlerweile ist es wohl so belebt, dass man sich da unten auch schon Plätze, also sprich Plätze buchen muss. Da wurde jetzt noch so ein Buchhofstool für eingeführt. Ja, also sprich, diverse Möglichkeiten rauf, runter, kreuz und quer, bis hin eben auch zu solchen Präsentationsmöglichkeiten. Was auch immer wieder ein großes Thema war, ist es eben Öffentlichkeit, dass Teams, Abteilungen haben oftmals den Wunsch, ihre Arbeit innerhalb einer Firma auch präsentieren zu können. Und da fehlt ihnen oftmals die Möglichkeit, die Sache eben auch dann adäquat vortragen zu können. Wobei es in dem Fall, weil das auch immer jedes Mal für den Freitag reserviert, da kommen halt ausgewählte VIPs in die Firma, präsentieren sich da, sei es David Beckham, Phil Williams oder diese ganzen Leute, die quasi mit Adidas zusammen Kollektionen machen oder ein bisschen aus ihrem Leben erzählen. Anderes Thema, Mobimeo ist ein hundertprozentiges Start-up der Deutschen Bahn. Die beschäftigen sich mit Mobilität. Also die machen eigentlich so eine Meta-Plattform für mobile Dienstleistungen und waren zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, waren das 80 Leute und wuchsen halt ex-orbitant schnell. Problem war, sehr agile Belegschaft, kreuz und quer schneller Wachstum, Chaos, keiner wusste wie er mit seinem Team arbeiten kann. Alle arbeiten von kreuz und quer im Sinne von ein paar zu Hause, ein paar sind im Büro. Konkrete Aufgabe hier war es, wirklich den Raum zu schaffen, der inspiriert, Menschen zusammenbringt und eben auch einen Grund darstellt, um ins Büro zu kommen, dass man da eben auch so einen Anker schafft, wo sich eben Leute gerne zusammenfinden. Wo man eben auch dann seiner Arbeit passend nachgehen kann. Das war jetzt der Konferenzraum. Da war so dieses Thema zu Hause wohlfühlen ganz stark. Dann gab es aber auch sehr viele Wünsche, dass man sich eben auch stellenweise kurzfristig zurückziehen kann. Sprich, wir haben sehr viele nahe Bereiche geschaffen, die man dann eben auch nutzen kann. Sprich, man sitzt hier mit seinem Screen, hat aber quasi kurze Wege, um sich da mit seinem Team austauschen zu können. Sei es nun für diesen informellen Talk, kurze Teambesprechung oder eben auch für so ein kleines Bünd an einem Whiteboard. Bis hin eben auch zu diesem Thema, da eben auch Gemeinschaften zu finden, sprich Community, dass man eben auch Möglichkeiten schafft, für Leute sich zu finden, zu treffen und sich auch mal austauschen zu können, ungeachtet von dem ganzen Arbeitskontext. Das Ganze gab es quasi auf zwei Etagen und gab quasi das Team Blau und das Team Grün, die zwar in einer Firma waren, aber letztendlich da schon ihren eigenen Kram machten. Daher eben auch die Farbcodierung. Und eigentlich war es Sinn und Zweck, dass man da möglichst verschiedene Möglichkeiten schafft, sich auf diverser Art zusammenzutun, arbeiten zu können, auszutauschen. Bis hin eben auch zu so wie dieses Thema Rückzug, eben auch Räume schafft, die das eben auch ermöglichen. Im Gallop, das war's. Deswegen würde es mich freuen, wenn ich einfach mal so ein bisschen Feedback kriege, wie Ihre, eure Arbeitswelten ausschauen, was für euch irgendwie bei solchen Sachen Thema ist. Gibt es da? Bitte. Ich bin auch ein Fan der Schönheit und schöner Büros. Was uns so ein bisschen bewegt, also wir beschäftigen uns auch relativ viel mit Bürogestaltung und offenen und geschlossenen Konzepten. Und was wir zumindest immer wieder feststellen, oder wo wir darüber nachdenken, ist, wie gehen wir mit Lautstärke um? Ist der Büro ein lauter oder ein leiser Ort? Und wenn er ein lauter ist, ist dann ein Rückzug, so wie dieser da jetzt auf dem Bild zu sehen ist, funktioniert sinnvoll anwendbar, weil der ist dann im Zweifel direkt gegen den Arbeitsplätzen, in keine Ruhe. Großes Thema. Ja, es ist hier jetzt in dem Fall einfach, weil ein Raum für sich. Aber da hast du völlig recht. Diese großen, offenen Räume, die man ja oftmals auf diesen Hochglanz-Buschieren sind, die will eigentlich keiner mehr haben. Es geht darum, weil dann letztendlich sitzen dann da die ganzen Menschen mit ihren Noise-Canceling-Kopfhörern und kann man durch akustische Produkte in den Griff kriegen, bedingt, ich weiß. Aber letztendlich war das eben auch so dieses Thema bei Adidas, wo das einfach aufgrund der räumlichen Trennung ganz klar, ganz gut funktioniert hat. Aber bleibt ein Problem, dass man da eben auch versucht, bestimmte Arbeitsweise eben auch so zu klastern, was wir gerade bei dem Projekt festgestellt haben, ist, dass es völlig okay ist. Werde ich in meinem Team sitzen und wir besprechen, auch wenn ich jetzt gerade gar nicht dabei bin, aber wir sind alle in dem gleichen Projekt, dann ist das Brabbel gar nicht so nervig. Wenn ich aber jetzt neben einem Team sitze, was zum Beispiel was ganz anderes macht, dann fängt es an zu nerven. Dass man da eben auch versucht, die Leute schon von der Arbeit her zu klastern. So. Die Bilder sehen ja immer total super aus und so, als wäre das jetzt einmal clean hingestellt, bevor die Leute reingehen. Das tatsächlich praktische Problem ist, ich habe da nochmal, also ich im Speziellen habe Stifte, habe Papier, habe irgendwelche Sachen, an denen ich arbeite. Das ist bei uns so der Knackpunkt, dass man so sagt, wir machen da tolle Konzepte und ihr macht da Free Flow auf den Arbeitsplätzen und Rollkantina gibt es auch nicht mehr und alle sind so momentan am Schreien. Wie kriegt man vernünftig diese Lösung hin, dass man auch Stauraum hat und persönliche Gegenstände? Ich suche gerade hier das Bild, das ist jetzt hier im Detail nicht drauf. Also hier zum Beispiel bekam jeder Mitarbeiter so einen kleinen Werkzeugkasten, wo jetzt mal so diese ganzen Sachen, mitnehmen konnte, wobei die Jungs und Mädels, die waren überwiegend digital unterwegs. Aber klar, ist ein Problem. Also weil doch so ein, viele brauchen nach wie vor so ihren Platz, wo sie halt ankommen und dieses Hot Desking ist nicht wirklich jedermanns Sache. Also ja, deswegen sind wir auch so ein großer Fan davon, dass man einfach irgendwo auch so einen Bereich vorsieht, der einfach wirklich stationär bleibt, wo dann Leute eben auch ihren Heimathafen haben und dann sitzen bleiben dürfen. Also ich glaube, wir hören da recht viel zu und versuchen den Leuten, soweit es geht, das zu geben, was sie da eben auch haben wollen. Aber um deine Frage jetzt zu beantworten, ja, Container oder einfach Locker Space, aber es ist eh meistens zu wenig Platz dafür da, weil die Menschen dann doch mehr mitbringen, als man als Planer sich wünscht. Bei uns ist das so, dass das Facility Management quasi die ganzen Arbeitsplätze und die Büros plant. Wir als Entwickler haben da überhaupt keinen Einfluss da drauf und das ist dann teilweise so aus wie in den Großraumbüros, das du vorhin gezeigt hast. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das Facility Management mal zu erzeugen, dass das überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist? Also wir beraten gerade eine größere Firma hier in Frankfurt, die sich mit Mobilität im weitesten Sinne beschäftigt. Und da ist genau das Ding, dass da einfach auch Anforderungen an die Büroumwelt aufgestellt worden sind, die aber einfach von gestern sind. Es ist bei uns auch immer so eine Überzeugungsarbeit notwendig, um dann wirklich zu sagen, so Leute, das ist aber eigentlich das, was die Leute haben wollen. Wir machen das meistens mit recht fundierten Workshops, um dann wirklich mal die Bedürfnisse und die Wünsche vorher abzustecken, um dann da eben auch entsprechend was zu machen. Weil wenn dann mal die Sachen umgesetzt worden sind, dann wird es teuer, um das wieder dann nachzusteuern. Deswegen vorher reden. Tausend Fragen. Jetzt hast du ja, also Shared Desk, um es in einem Wort zu sagen, ist mein Problem oder meine Frage. Jetzt hast du ja auch schon vorhin gesagt, es gibt verschiedene Arbeitstüten, die Typen, Leute, die 80 Prozent an ihrem Platz sitzen und Leute, die viel weniger an ihrem Platz sitzen. Und ja, also sagen wir mal, es erschwert Shared Desk oder in bestimmten Bereichen des Unternehmens zumindest. Richtig. Also das war zum Beispiel bei Adidas, es ist nach wie vor ein Riesenproblem. Die haben eine Quote von 1,5 Stunden. Wenn du 1,5 Stunden nicht an einem Platz warst, ist er quasi weg. Dann ist er wieder freiwillig und darf belegt werden. Das heißt, da hat jeder von denen einen Trolli. Es gibt aber auch, sag ich mal, die Verwaltung, die haben schon ihren Platz. Aber ja, ist ein Problem. Vielen, vielen Dank.